Musik Musik Und jetzt haben wir uns vorgenommen, noch mal mit einer Gruppe von Experten Das Thema zu besprechen und ich darf Ihnen mal kurz vorstellen, wer sich hier oben versammelt hat Michael Elfer, vielleicht stehen Sie jeweils kurz auf, damit unser Publikum ungefähr weiß, mit wem er es zu tun hat Michael Elfer, Effler gehört dem Vorstand des Vereins Mehr Demokratie an Mit über 400 anderen Organisationen hat man sich dem Bündnis Stop TTIP angeschlossen Also der Mann weiß, wo er steht Dann kommt Martin Häusley, er ist Abgeordneter des Europäischen Parlaments und agrarpolitischer Sprecher für die Grünen Als gelernter Agrartechniker bewirtschaftet er seinen eigenen Betrieb nach Bioland-Richtlinien Also man könnte auch sagen, er ist Bio-Bayern Herzlich willkommen hier Der Mann neben mir hat den weitesten Weg genommen und bringt den meisten Mut auf hier heute Nachmittag Er kommt aus Washington, ist Transatlantic Fellow bei German Marshall Fund in der amerikanischen Hauptstadt Und hat sich heute vorgenommen, uns die amerikanische Sicht auf TTIP etwas näher zu bringen Welcome Mr. Sparding Er ist Deutscher Frau Flutug-Weizel, haben Sie schon erlebt, muss ich nicht mehr vorstellen Und ganz rechts von Ihnen sitzt Lutz Gülner Er ist Leiter des Referats Kommunikation in der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission Also dort, wo das Ding verhandelt wird Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt momentan beim TTIP, wie man sich denken kann Nochmal herzlich willkommen Herr Gülner, ich fange mal mit Ihnen an, obwohl ich mir hier eine andere Frage aufgeschrieben habe Das, was wir jetzt heute Mittag erlebt haben, diese Schamoffensive des Wirtschaftsministers Der ja im Prinzip gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass nicht alles vielleicht, aber sehr vieles von dem, was ich an Kritik gehört habe In das Abkommen hinein verhandelt wird Und als erstes müssen wir die Kuba den Europäern übers Eis bringen Also das sorgt euch nicht Am Ende kommt etwas raus, wozu auch der Kirchentag stehen kann Wie realistisch ist das? Also erstmal guten Nachmittag und danke für die Einladung Vielleicht eine Vorbemerkung, bevor ich auf Ihre Frage antworte Es wird immer manchmal so dargestellt, als ob die Europäische Kommission außer Rand und Band vollkommen frei entscheiden könnte Über was sie da verhandelt und wie sie es macht Und dann nimmt man mal ein Thema dazu, dann nimmt man mal wieder ein Thema weg Also ganz so einfach ist es hier nicht Und deswegen würde ich gleich mal zu Beginn erstmal darauf verweisen, dass wir als Kommission nur dann verhandeln können, wenn wir einen klaren Auftrag bekommen Und dieser Auftrag muss einstimmig durch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union erteilt werden Und genau das ist der Fall gewesen Im Juni 2013 haben wir deswegen eine sehr detaillierte Vorgaben bekommen Die von allen Mitgliedstaaten, auch der Bundesrepublik Deutschland, klar unterstützt wurden Und ich lade Sie sehr ein, Sie im Internet nachzulesen Und zwar auf unserer Website oder auf der Website des Ministeriums für Wirtschaft und Energie der Bundesrepublik Deutschland Wo Sie in 46 Punkten ganz genau sehen können, was soll da verhandelt werden und was soll nicht verhandelt werden Können wir es mal konkret machen, zum Beispiel, Moment, bei dem Thema mit den Schiedsgerichten Ja Was stimmt denn da drin? Stammt da schon so eine Idee wie mit dem Internationalen Handelsgericht drin? Oder ist das so im Nachhinein erst erfunden worden? Ja, das heißt Heißt das, dass die deutsche Regierung da irgendwie geschlafen hat? Also ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage, weil das ist nämlich genau ein Punkt, den Sie in diesem Mandat nachlesen können Wo alle 28 gesagt haben, liebe Kommission, wir wollen, dass Sie dieses Abkommen aushandeln Und zwar mit einem Kapitel zu Investitionsschutz, der auch entsprechenden Streitbeilegungsmechanismen beinhaltet Und zwar heißt es dann State of the Art, also das ist die modernste Form davon Mit dem Provisio und am Ende natürlich schauen wir uns an, was da ausgehandelt wurde Und je nachdem stimmen wir dazu Das heißt, selbst wenn die Kommission wollte, können wir ja gar nicht einfach jetzt aufhören zu verhandeln Beziehungsweise wir verhandeln ja noch gar nicht mit den Amerikanern Wir sind ja dabei, unsere europäische Position erstmal zu bestimmen Aber das ist nicht unsere Entscheidung, sondern Entscheidung der Mitgliedstaaten Und die haben uns bislang den Auftrag gegeben, bitte verhandeln Und einige Mitgliedstaaten wollen das und beharren darauf, dass wir dieses Kapitel aushalten Das heißt, das ist ein innereuropäischer Macht- und Gestaltungskampf Und im Grunde müssten die Staats- und Regierungschefs ein neues Mandat entwickeln Oder bestimmte Punkte, sagen wir mal, modifizieren Um sie dann von Neuem ins Rennen zu schicken Also wenn es so wäre, dann müsste es genau so gehen Und das ist genau die Frage, wenn Sie nach Spanien gehen zum Beispiel Und dort diese Debatte führen, da werden die Leute sagen Wir wollen diese Schiedsgerichte, weil wir nämlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben Abgesehen davon, dass es acht Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt Die ohnehin schon bilaterale Investitionsschutzverträge mit den Vereinigten Staaten haben Und da ist kein Armageddon passiert Da wurde niemand rausgeklagt Die konnten der EU beitreten und haben den gesamten Archiv übernommen Ohne von Klagen überschwemmt zu werden Also deswegen würde ich plädieren Lassen wir uns erstmal die Fakten angucken Ob man dafür ist oder dagegen, ist eine andere Frage Aber erstmal auf Faktenbasis diskutieren Eins muss ich Sie noch fragen, obwohl ich jetzt langsam ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen kriege Aber dieses Argument mit den verschlossenen Türen Warum sind die Türen zu? Die Türen sind nicht zu Sondern die Türen, das sind Verhandlungen Jetzt sage ich mal, der Europäische Gerichtshof Da steht ja nicht unbedingt im Zweifel besonders pro- oder anti-europäisch zu sein Oder wie auf einer Seite zu sein Hat ganz klar gesagt Jede internationale Verhandlung Ob es da um Atomgespräche geht Oder selbst Verhandlungen in der Innenpolitik Man braucht ein gewisses Maß an Vertraulichkeit Aber es muss ausbalanciert werden Mit dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung Und genau das haben wir gemacht Wenn Sie sich für TTIP interessieren Wenn Sie wissen wollen, was wird da verhandelt Wie wird es verhandelt Und mit welchem Ziel gehen wir da rein Dann können Sie das heute absolut nachlesen Und das Allerwichtigste, weil das vorher auch aufgekommen ist Schauen Sie sich den Vertrag mit Kanada an Da wird gesagt, Kanada ist intransparent Der Vertrag, der ausgehandelte Vertrag Die 1500 Seiten können Sie nachlesen auf unserer Webseite Seite für Seite Und da sollte die Debatte der Runde gehen Okay, Herr Kölner, vielen Dank für den Einstieg Da krocht es rechts von mir Herr Häusling, Sie kennen sich ja an europäischen Dingen aus Als Abgeordneter im Europäischen Parlament Stimmt es nicht, was Herr Kölner sagt? Oder wie ist das mit der Transparenz? Also lassen Sie mich noch einen Satz zu Herrn Gabriel lassen Ich fand, das war eine wunderbare Märchenstunde Die hier erzählt wurde Weil Herr Gabriel hat vor nicht einem Jahr schon gesagt Ich werde CETA nicht zustimmen, wenn da der Investorenschutz drin ist Sie haben gehört, was er heute gesagt hat Und genau so läuft das jetzt in eine andere Richtung Erstmal die Leute beruhigen Und warten es mal ab Bis am Ende alles auf den Tisch liegt Gerade zu dem Abkommen mit CETA Jetzt kriegen wir das ganze Abkommen auf den Tisch Ja, aber wir sagen, dass die 13. Seite gefällt uns nicht Das wollen wir mal anders verhandeln Da kann ich aber nur für oder gegen das Gesamtabkommen stimmen Und das ist so eine Praxis, die kann man doch überhaupt nicht akzeptieren Wir kriegen nachher vielleicht bei TTIP 3000 Seiten auf den Tisch Und dann heißt es früßt oder stirb'n Ich möchte es so haben, wie wir den gemeinsamen Markt in Europa entwickelt haben Ich möchte jeden Punkt öffentlich, transparent diskutiert haben Und ich möchte den nachher im Parlament auch einzeln abgestimmt haben Und ich möchte mich auf keinen Punkt nicht haben Welche politische Willensbildung sehen Sie denn in Europa? Wir haben ja jetzt was gelernt Das ist eine Sache, die durchaus im Prozess ist Wo die Staats- und Regierungschefs auch eine Linie vorgeben können Halten Sie es denn für realistisch, dass dieses Verhandlungsmandat mit den 46 Punkten nochmal aufgeschnürt wird Oder ist das im Prinzip unmöglich? Also das kann der Herr Gabriel ja jetzt beweisen, dass er das durchbekommt mit Frau Merkel Ich sehe da keinen Ansatz, dass die das jetzt neu aufmachen wollen Die werden das so bevölkerung beruhigen, jetzt mal weiter verhandeln Es werden sanfte Resolutionen im Europäischen Parlament verabschiedet Das sind alles nur, um den Leuten Sand in die Augen zu streuen Ich sage es ganz ehrlich, auch diese Transparenzfrage Also einen Abgeordneten zuzumuten, in einen verschlossenen Raum zu gehen Da ein Dokument einblick zu halten Aber ich darf da nichts von erzählen Ich darf ja auch nichts mitnehmen Das ist doch irre Wie geht man da mit Abgeordneten um, die nachher entscheiden sollen Die dann irgendwas auf den Tisch bekommen nach dem Motto Aber vorher dürfte es keinem erzählen Das ist vordemokratisch Das muss ich ehrlich sagen Wenn man mit Abgeordneten schon so umgeht Da kann man auch mal die Frage stellen Mit der Zivilgesellschaft geht man doch genauso rum Es werden so ein paar Punkte rausgestreut Das ist aber nicht im Wesentlichen alles Wenn ich nur einen Satz sagen darf Das Thema Verbraucherschutz hat der Gabriel ja eben auch wieder gesagt Da gibt es keine Kompromisse, sagt die Kommission Sagt auch die Bundesregierung Ja, warum stellen sie dann an dem Punkt die Verhandlungen nicht ein? Wenn wir da keine Kompromisse machen wollen Dann stellen wir sie an dem Punkt ein Aber fragen Sie mal die amerikanische Seite Die amerikanische Seite sagt sehr eindeutig Mit uns doch nicht Wir wollen natürlich eure Gentechnikfreiheit in Frage stellen Wir wollen bei euch natürlich was auf den Markt bringen Was wir in den USA für Selbstverständlichkeit haben Die andere Seite will das nicht Deshalb ist es Unsinn, was die Kommission da sagt Natürlich geht es an allen Punkten um unsere Standards Gott zugegenregen Also ganz denn so wäre Wir haben ja unsere Texte ins Netz gestellt Die kennen Sie ja auch Genau über diese regulatorische Kooperation Jetzt sagen Sie mal genau von den Punkten, die Sie da sehen Wo Sie Ihre Vermutungen oder Befürchtungen bestätigt sehen Der erste Punkt in all dem, was wir machen Ist grundsätzlich reguliert jede Seite so wie sie will Was wir machen wollen, zusammen mit den Amerikanern Und im Übrigen auch mit anderen Ist da, wo wir ohnehin das Gleiche machen Die gleichen Ziele haben Nur teilweise unterschiedliche Testergebnisse vorschreiben Teilweise Doppelzertifizierungen haben Inspektionen, die zweimal durchgeführt werden müssen Die teuer sind, die Zeitaufreibung sind Und die auch die Regulatoren binden Da wollen wir anerkennen Und im Übrigen, weil oft der Satz hier von gegenseitiger Anerkennung Oder selbst Harmonisierung gesprochen wird Niemand spricht von Harmonisierung in diesem Abkommen Wir sprechen gar nicht Wir sprechen von diesem Wir sprechen davon Da, wo wir das Gleiche machen Jetzt wird es technisch Eine Äquivalenzanerkennung durchzuführen Das heißt, so wie du deine Inspektionen durchführst Das anerkenne ich als etwas Das Äquivalent zu meiner Art ist Herr Effler, Sie vertreten das Bündnis Stopp-Tipp-Tipp Es sind ja jetzt schon viele Gegenargumente Die auf dem Tisch liegen Transparenz, Schiedsbarkeit Wir haben noch weitere gehört Was steht für Sie im Vordergrund? Warum ist dieses Abkommen so schlecht? Lassen Sie mich zunächst auch einmal Noch mal zu Herrn Gabriel zurückkommen Er hat davon gesprochen, dass hier der Saal so voll ist Das ist aber untypisch wäre für Europa Weil nur in Deutschland so ein großer Protest wäre Wir haben ja eine europäische Bürgerinitiative Stopp-Tipp gestartet Diese Bürgerinitiative steht kurz davor Zwei Millionen Unterschriften zusammen Das ist die größte europäische Bürgerinitiative aller Zeiten Wir haben in 14 Wir haben in 14 Mitgliedstaaten das Mindestunterschriften-Korum-Bereich Auch in Frankreich, in allen Skandinavien-Staaten und auch in Spanien Das stimmt einfach nicht Das nur in Deutschland so großer Protest ist Der ist besonders in Deutschland Aber dass in anderen Ländern sogar Leute für Schiedsgerichte wären Das mag vielleicht für die Regierung stimmen Aber wenn Sie da mit normalen Menschen sprechen Dann werden Sie da genauso viele schüttelnde Köpfe sehen Wie hier in Deutschland Sie haben gefragt, was ist das größte Problem Ich glaube, es ist zum einen die Art der Verhandlungen Und dann zwei zentrale Vertragsinhalte Die Art der Verhandlungen, das haben wir schon erwähnt Ist intransparent Ich glaube, viele Menschen haben auch Angst Dass hier etwas über eure Köpfe entschieden wird Was man nicht mehr umkehren kann Wir schließen hier einen völkerrechtlichen Vertrag Übrigens im Investitionsschutzbereich Wird es möglicherweise ein Kündigungskapitel geben Wo sie erst nach 25 Jahren wieder rauskommen Das heißt, wir wählen fünfmal den Deutschen Bundestag Und trotzdem kann dann, wenn der Vertrag kommt, dort schon verklagt werden Das ist doch wirklich absurd Das sind wirklich Fesselungen einer demokratischen Gemeinschaft Wie wir im 21. Jahrhundert nicht mehr akzeptieren können Noch mal zu diesem Punkt Schiedsgerichte Um auch das nochmal drauf zu greifen Was wir eben besprochen haben Wenn es da eine wesentliche Veränderung gäbe Also nicht das Privatmodell, so nenne ich das mal Sondern einen internationalen Handelsgerichtshof Wäre dann auch für Sie der wesentliche Stein weggerollt? Also ich habe über das Thema Schiedsgerichte promoviert Ich das mal einfließen lassen darf Ich habe auch vor vielen Jahren das Thema Internationale Handelsgerichte mir angesehen Es ist nur ein Teil des ganzen Problems beim Investorenschutz Wir reden immer nur über die Frage Wie werden diese Regeln durchgesetzt? Aber wir müssen erstmal schauen Warum brauchen wir überhaupt diese Regeln? Warum müssen wir ein Sonderklagerecht für ausländische Investoren schaffen? Diese Frage stellt niemand Wir haben entwickelte Rechtssysteme Sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada Und auch in der Europäischen Union Wir brauchen das schlicht und ergreifend nicht Es führt auch nicht zu mehr Investitionen Das können sich auch abschminken Und das Problem ist eben nicht nur die Durchsetzung Sondern dass den Investoren weitergehende Schutzrechte gegeben werden Die sie in den nationalen Rechten nicht zur Verfügung haben Nur ein Punkt dazu im Kanada-Vertrag Der ja angeblich nicht so weitgehend ist Was einfach nicht stimmt Das CETA-Abkommen enthält alle herkömmlichen, weitreichenden Investitionsschutzklauseln Wird dann Schutzstandard geschaffen von fairer und gerechter Behandlung Der die sogenannten legitimen Erwartungen von Investoren schützen soll Das ist brandgefährlich Und das ist der Hauptangriffspunkt bei den Schiedsgerichten in den letzten Jahren Das ist ein CETA drin Und wenn Deutschland das nicht abnimmt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr Herr Spahn, jetzt präsentieren Sie uns die elektronische Perspektive Ich kann mir vorstellen, da wundert man sich erst einmal Wie viele Emotionen wegen eines Vertragswerks hier in Europa im Raum ist Wie viel Widerstand es nicht nur in Deutschland, sondern an vielen Stellen in Europa gibt Können die Amerikaner verstehen oder kriegen die das überhaupt mit? Warum sich so viele Menschen in Europa gegen TTIP engagieren? Ja, also ich muss vielleicht erst einmal korrigieren, dass ich gar nicht so mutig bin Ich möchte das zumindest nicht so behaupten Ich hoffe zumindest, dass es nicht Mut braucht, hierher zu kommen aus Washington Um nur zu berichten, was auch dort passiert Ich habe ja noch gar nicht gesagt, was sich eigentlich davon hält Also hoffentlich ist nicht nur die Anreise schon verdächtig Zu der Frage, ob die Amerikaner das mitkriegen Ich glaube, Herr Gabriel hat vorhin erwähnt, dass der amerikanische Handelsminister Anfang der Woche wieder in Berlin war Das ist jetzt, glaube ich, der zweite Besuch innerhalb von einem Jahr Jeweils mit dem EU-Kommissar Er war sonst, glaube ich, noch nicht so oft in der Zeit Er hat ja nun auch noch andere Bereiche, nämlich in Asien, zu versorgen Ich glaube also, dass das durchaus angekommen ist Ich habe auch meine Rolle auf der anderen Seite des Atlantiks So ein bisschen zu erklären, zu versuchen zu erklären Was die besonderen Kritikpunkte sind in Deutschland Dazu habe ich auch da einigen Auftritt, die sind auch ganz gut besucht Also das ist durchaus von Interesse Ob das jetzt alles immer verstanden wird, das weiß ich nicht Vielleicht kann ich aber einen Eingangspunkt dazu auch sagen Eine Sache, die mich manchmal etwas überrascht, wenn ich hierher komme und das debattiere Dass das TTIP debattiert wird als ein amerikanisches Abkommen Was quasi von den Amerikanern uns aufgezogen wird Und die Amerikaner wollen das und das haben Meiner Meinung nach zeigt das nicht den eigentlichen Ursprung des Abkommens Also Herr Gülden hat auch schon gesagt Es gab durchaus viele in Europa, die das wollten Und lange in Washington auch, ich habe das ja mitgekriegt Da kommen viele Delegationen durch, die das lange angemahnt haben Von den Amerikanern Die Amerikaner haben sich etwas geziert manchmal Waren sich nicht sicher, ob das auch machbar ist Also nur das mal zu Einschätzen Ich würde gerne auf einen konkreten Punkt kommen, der ja während der ganzen Diskussion Und des ganzen Nachmittags schon eine große Rolle spielt Die Schiedsgerichte Statt eines Schiedsgerichts Was ja übrigens so eine deutsche Erfindung ist Vor allem im Verhältnis zu Afrika Entwicklungsländern, wenn ich es richtig verstanden habe Wie realistisch ist das aus der amerikanischen Perspektive Ein internationales Handelsgericht zu entwickeln Die Amerikaner mögen ja internationale Gerichtsbarkeit nicht besonders gut Also in anderen Feldern, wenn es mehr um politische Felder geht Ich denke an Den Haag zum Beispiel Gibt es da überhaupt eine Bereitschaft, sich auf so eine Konstruktion einzulassen Wie der Wirtschaftsminister sie eben präsentiert hat? Ja, das ist glaube ich die entscheidende Frage Vielleicht muss man dazu sagen Auch wenn es in Amerika Das kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen ausführen Nicht die breite TTIP-Diskussion gibt Die es hier gibt in der Öffentlichkeit zumal Aber in Washington gibt es durchaus eine sehr angeregte Debatte Und insbesondere gibt es da eine sehr angeregte Debatte Zu dem anderen Handelsabkommen, das schon erwähnt wurde Dem im asiatisch-pazifischen Raum Und auch in dem sind diese Investoren-Schutzmechanismen ja vorgesehen Und zu dem Punkt kann man sagen Gibt es in Washington Man muss bedenken, es ist keine breite öffentliche Debatte Und es gibt durchaus sehr viel Kritik Also die Gewerkschaften haben sich da ganz klar positioniert Auch viele Akademiker Da gibt es im Moment ein Battle of the Professors Da gibt es so öffentliche Briefe Die die namenlichen internationalen Rechtsprofessoren in den USA Sich gegenseitig hin und her schießen Ob das alles einen Sinn hat Und vielleicht von Interesse auch Es gibt auch konservative Thinktanks Die gegen Investorenschutz davor gehen Also das heißt nicht, dass da der Großteil der amerikanischen Denkweise in diese Richtung geht Das wahrscheinlich nicht Und auch zumal nicht in der Regierung Aber dass die Debatte nicht stattfindet in Washington Das kann man so nicht sagen Also kann ich durchaus vorstellen, dass einige Denkanstöße von Europa Zumindest in Washington erstmal für Debatten sorgen werden Ob es jetzt am Ende nicht nur bei Denkanstößen bleibt Vielleicht auch was qualitativ sozusagen Rüberg schwappt mit dem Abkommen von Europa nach Amerika Darüber sprechen wir gleich noch Frau Fückrup-Walzer, Sie konnten ja Ihre Position schon jetzt ausführlich darstellen Und ich frage deshalb mal sehr zugespitzt aus der ganz anderen Ecke Tut es eigentlich der Kirche gut Gerade hier im Ländle in Baden-Württemberg Wo es Geld verdient wird Das ist ein Dauerkonflikt oder Dauerthema oder ein Dauerdialog, sagen wir es mal Den es schon sehr lange gibt Und der entzündet sich ja jetzt nicht nur an TTIP Sondern es geht tatsächlich genauso, wie der Ratsvorsitzende Bedford-Strom gesagt hat Um die Frage, was ist eigentlich die ethische Grundlage Von welcher Ausgangsbasis gehen wir eigentlich aus Und ist es eigentlich zugutbar und vorstellbar, dass das Interesse von Investoren an aller oberste Stelle gesetzt wäre Auch vom Grundgesetz her ausgesprochen problematisch Wo wir ja von einer sozialen Bindung des Eigentums sprechen Haben wir es hier mit einem super Grundgesetz zu tun Haben wir es mit einem super, hyper, obermoralischen Wert zu tun Der in irgendeiner Weise eine Dignität haben sollte Aus kirchlicher, christlicher Position Oder haben wir eine Verpflichtung Sehen wir einen Auftrag Speziell die Schwächsten zu schützen Und das zieht sich Aber es geht ja nicht nur um die Schwächsten in der Welt Es geht ja auch um die Schwachen bei uns Und wir wissen doch, wenn Wohlstand geschaffen wird Dann profitieren auch die Armen in unserer Gesellschaft davon Ich sagte schon mal, es gibt auch auf der anderen Seite eine sehr schwache Datenbasis Nicht nur bei der Frage, was es für Auswirkungen im Süden hat Es gibt auch eine extrem schwache Datenbasis Aber was es für Auswirkungen im Norden hat Man weiß jedenfalls, wovor war ein Handelsabkommen Dass der Effekt ausgesprochen mager war Jedenfalls weisen da Gewerkschaftsforschungsinstitute drauf hin Und dass es um weniger als 1% Wirtschaftswachstum geht Und dass von diesem Wirtschaftswachstum vermutlich genau die Ärmsten nicht profitieren Denn das war bisher die Erfahrungsbasis Also insofern Und gerade im Ländle Jetzt muss ich mal was Als jemand, der bei langer Zeit in Schwaben gelebt hat Weil Brot für die Welt seinen Sitz hier hatte Bis vor zwei Jahren Gerade im Ländle gibt es eine Menge mittelgroßer Unternehmer Die ja nicht die Hauptprofiteure hier sind Die mittleren Unternehmen Es sind ja die großen Unternehmen Und da gibt es von den mittleren Unternehmern sehr viele Die noch im Familienbesitz sind Und die ein sehr klares Verständnis davon haben Das Eigentum verpflichtet Und dass sie auch einen sozialen Auftrag haben Mit denen weiß ich mich gar gar nicht in der Konkurrenz Und die Kirche auch nicht Ich würde dann in der nächsten Runde ein bisschen Das Thema konkretisieren Das Thema Verkauferschutz Und da Sie, Herr Häusling, ansprechen Den Biolandwirt Wie wird sich die Situation der Landwirtschaft in Deutschland Konkret verändern Durch TTIP Welche Befürchtungen haben Sie da? Also man kann im Grunde genommen Es gibt Studien der Europäischen Union Die deutlich zeigen Die kleinbäuerliche Landwirtschaft gehört zu den Verlierern Gewinnen werden die großen Konzerne Der internationale, globale, jetzt mal agrarindustrielle Komplex Der wird gewinnen Rechts und links des Atlantiks Und nicht nur bei uns welche, die dagegen sind Und man muss sich nur die Größenordnungen anschauen Die zwischen den USA und Europa liegen Bei der Größe der Betriebe Wir haben ja noch 13 Millionen Betriebe In den USA sind es noch 700.000 Bei der vergleichbaren Fläche ungefähr Da sieht man, was ein ungleicher Wettbewerb Da plötzlich stehen würde Und man muss es eindeutig sehen Ich meine, wo der Effekt eigentlich noch viel schlimmer ist Es ist am Ende sozusagen auch die Schwächsten Die bei diesem Handel einfach nicht mitmachen können Und deren Normen sozusagen von denen aufgedrückt werden Die diese Geschäfte dann halt machen Es sind nicht nur die Kleinbauern in der dritten Welt Es sind auch die Kleinbauern in Europa Die dann an den Rand gedrängt werden Die ja jetzt schon in einer schwierigen Situation sind Also ist das nicht sehr Herr Effler, ist das nicht sehr pessimistisch gesehen? Also eine Bio-Welle gibt es ja nicht nur in Europa und in Deutschland Eine Bio-Welle gibt es ja auch in Amerika Unter dem Stichwort Organic Und ich glaube Whole Foods ist mittlerweile Ein richtig erfolgreiches Handelsunternehmen Oder ein Supermarkt, den man überall findet Also könnte nicht auch etwas nach Amerika rüberschwappen Von dem, was sich Europa erarbeitet hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Also es ist bei Handelsverträgen normalerweise nicht der Fall Deswegen muss man sich auch verabschieden von diesem Irrglauben Man könne mit Handels- oder Investitionsverträgen Leitplanken für die Globalisierung setzen Das ist überhaupt nicht der Inhalt und der Zweck von diesen Verträgen Sondern der Inhalt und Zweck ist einfach Handelshemmese zu beseitigen Das mag ja auch in Einzelfällen berechtigt sein Aber dass man damit proaktiv quasi Armut bekämpfen kann, Klima schützen kann Das wird nicht passieren Das ist auch gar nicht Schauen Sie mal, wer beteiligt ist Das sind die Handelsministerien der Staaten Und nicht die Umweltministerien oder die Entwicklungsministerien Das wird nicht passieren Ich würde aber gerne noch einen Punkt ansprechen Der noch gar nicht heute Abend ist Den ich für genauso gefährlich halte wie das Thema Schiedsgerichte Das ist der Bereich der regulatorischen Kooperation Es wird versucht, mit diesem Abkommen Und das geht deutlich weiter, als wir bisherige Handelsverträge gemacht haben Verfahren einzuführen, die tief in die innerstaatliche Regulierung und Gesetzgebung eingreifen Es wird sogar ein neuer Rat geschaffen Ein Rat für Regulierungskooperationen Der im Grunde neue Gesetze, neue Regulierungen darauf prüft Ob sie mit dem Freihandel verträglich sind Der darf die zwar nicht stoppen Aber der wird mit Sicherheit dazu führen Dass es sehr viel schwerer wird, Standards zu erweitern Ich glaube, es ist nicht so sehr das Problem Dass bestehende Standards abgeschafft werden Das wäre auch so taktisch sehr unknot Ich glaube, das größte Problem ist eher Dass wir die nötige Weiterentwicklung von Standards Im Landwirtschaftsbereich, im Chemiebereich Dass wir das nur noch schwer hinbekommen Weil schon in der frühestmöglichen Planungsphase von neuen Gesetzen Die Stakeholder, also die Interessenvertreter Sagen wir es mal offen, die Lobbyisten Der anderen Seite, und zwar in Europa und in den USA Einfluss nehmen auf unsere Gesetzgebung Das ist genauso gefährlich für Schiedsgerichte Ich wollte nur sagen Wer jetzt geht, bringt sich um die Chance nachher Über die Resolution mit abzustimmen Noch ein Satz von Ihnen, Herr Hauslinger Ja, ich wollte sagen Im Grunde wirkt es ja jetzt schon Also wenn Sie sich mal anschauen Wir haben verhandelt im Europäischen Parlament Über ein Gesetzgebung für Kloning Da heißt sie, da sagt die Kommission Lieber nicht so viele Regulierungen Da kriegen wir Schwierigkeiten mit unseren Handelspartnern Wir diskutieren über hormonell wirksame Stoffe Oder über REACH Immer an diesen Punkten hält die Kommission jetzt das Verfahren an Und sagt, nee, also bitte jetzt nicht Es könnte ja Schwierigkeiten in den weiteren Verhandlungen mit den USA geben Das sagt sie nicht offiziell Das pfeifen, spatzen und grüße von den Dächern Dass da jetzt schon gemauert wird Und meine Befürchtung ist einfach Wenn wir gerade auch mit den rückgierterischen Räten weiterkommen wollen Dann wird es immer heißen Oh, das ist ganz schwierig Das müssen wir ja mit den Amerikanern in Zukunft dann abstimmen Und deshalb, die Tatsache, dass wir damit demokratiegefährdet sind Die kann man daher, dass das demokratiegefährdet ist Kann man daher ableiten Dass wir in Zukunft nicht mehr wie wir wollen Gesetze verschärfen können Sondern nur mit der amerikanischen Seite Und sagt, okay, machen wir mit Die Europäische Kommission ist gleich dran Aber ich will erst dann Sparling nochmal fragen Hier zu dem Landwirtschaftsthema Und da das Leben konkret ist, mache ich es an einem konkreten Beispiel In den USA müssen ja zum Beispiel Genveränderte Sojabohnen nicht deklariert werden Alles Lebensmittel, in denen diese Bohnen drin sind Oder Bestandteile Die kommen einfach in den Verkauf Es wird nicht Ist für den Verbraucher nicht erkennbar In Europa gelten strenge Kennzeichnungspflichten Wird TTIP dazu führen In der Praxis Dass Europa von seinen höheren Standards runter muss Und ist das ein Beispiel dafür Dass das, wofür hier jahre, jahrzehntelang gekämpft wurde Dann plötzlich anderser wird Also ich dachte, jetzt kommt erst die Frage Ob ich die dann esse Auch das kann ich bejahen Obwohl ich auch Das muss ich vielleicht auch dazu sagen Und Sie hatten das schon angesprochen Ich bekomme alle zwei Wochen Vom lokalen Bauernhof Einen großen Korb mit Organic Food geliefert Also das ist auch in den USA Ja, wenn Sie über den Atlantik liefern Wäre das Also es ist auch in den USA Eine Bewegung mögliche In dem Bereich zu erkennen Aber sind Sie sicher Dass das alles nicht gemanipuliert ist Was da Da gibt es private Zertifikate Und dergleichen Man kann den Bauernhof auch besuchen fahren Habe ich noch nicht gemacht Also vielleicht stimmt das auch nicht Die Frage, ob das Ob wir zur Absichtung von Standards Also vielleicht kurz zum Vorhin schon angesprochenen Vorsorgeprinzip Und der ganzen Debatte von Verbraucherschutz Also es wird manchmal so dargestellt Dass in den USA Es wird immer gesagt Alles ist erlaubt Bis einer quasi stirbt Und dann wird geklagt So rumläuft das Das ist mir manchmal etwas zu einfach Also es ist in Amerika nicht so Dass ich in meiner Garage Mir Medikamente zusammenbastle Und die dann auf den Markt bringen Denn da gibt es ganz ganz erhebliche Verfahren Die teilweise Zumindest was Medikamente angeht Nach dem was man so wird Auch viel strikter sind Als in einigen europäischen Ländern Und in anderen Bereichen Kann man auch sehen Dass die USA vielleicht Sogar weiter waren Oder weiter gepusht haben Was den Schutz Von ihren Verbrauchern angeht Zum Beispiel Tabak kann man hier mal anbringen Also da sind die USA Nun zum Verdruss Vieler europäischer Touristen Schon seit Jahrzehnten dabei Was jetzt die Genfragen angeht Oder ich sage mal noch ein Beispiel Auch wenn die deutschen Autofahrer Das nicht so gerne hören Das Tempolimit Ist ja auch eine Art von Regulierung Alles eine Risikoregulierung Ja ich vergleiche immer gerne Das Tempolimit Weil auch jede Studie Jede wissenschaftliche Studie Das sollte man gleich hier Im Ende wirklich nicht sagen Zeigt, dass Schnellfahren Einen nicht schneller Ans Ziel bringt Und gefährlicher ist Und alles mögliche Das versuchen Sie dann mal In Deutschland im Wahlkampf Zu sagen Das klingt eine kleine Lahnflage Zwischendurch Das würde aber In dem Abkommen nicht reguliert Obwohl ja die Größe Der Motoren Der deutschen Autos Wahrscheinlich auch davon abhängt Wie schnell sie am Ende Noch fahren dürfen Weder das Noch das Was Herr Effler Gerade gesagt hat Noch das Was Herr Häusling Gerade eben gesagt hat Nur mal nochmal Zu dem Wer profitiert eigentlich Von so einem Abkommen Die großen Unternehmen Die haben doch heute schon Absoluten Zugang Zum amerikanischen Markt Die brauchen doch So ein Abkommen Überhaupt nicht Die haben nämlich Die entsprechenden Ressourcen Die haben die entsprechenden Abteilungen Und ob das da um die Zölle geht Oder ob das um die Regulativen Also diese bürokratischen Zusatzanforderungen Zum Teil geht Das heißt sie müssen Manchmal Maschinen umrüsten Weil sie eben Nicht den Zertifizierungsvorschriften In den USA entsprechen Die können das heute schon alle Aber die Mittleren Und die Kleinen Die können das eben nicht Für die wirken diese Barrieren Überproportional negativ Deswegen ist dieses Abkommen Und das sagt Ihnen Jede ernstzunehmende Studie Ich kann Ihnen das nachweisen Und es gibt Dutzende davon Da ist wirklich Der Grundgedanke dahinter Herr Güller Ja, das Leben ist konkret Es gibt hier diese Angst Vor dem Genfood Also vor Pflanzen Nahrungsmittel In denen genmanipulierte Dinge drin sind Ist diese Sorge eigentlich berechtigt? Bei CETA Im Freiheitsabkommen mit Kanada Wurde beispielsweise vereinbart Dass Kanada nur hormonfreies Rindfleisch Exportieren darf Und offenbar funktioniert das auch Könnte Europa in das Abkommen hineinschreiben Dass eben nicht genmanipuliertes Material Aus Amerika nicht exportiert werden darf? Ja, natürlich können wir das Also das Wichtige ist Und deswegen Sie haben ja selber schon Das ergibt Ein gutes Beispiel gegeben Mit Kanada zum Beispiel Kanada produziert ähnlich wie die Vereinigten Staaten Sehr viel Rindfleisch mit Hormon Und der Hormonzusatz Das ist bei uns nicht erlaubt Unsere Maxime Unsere Vorgabe Politisch Als auch in der Kommission ist Wir werden Weder durch CETA Noch durch TTIP Die Gesetze verändern Wir haben in CETA Eine sehr gute Lösung gefunden Wir haben nämlich gesagt Liebe Kanadier Ihr könnt ein bisschen mehr exportieren Aber es muss Unseren Standards entsprechen Und genau das haben sie sich angeguckt Und gesagt Ja, das macht Sinn Die Menge ist groß genug Sodass wir eine eigene Produktionslinie Dazu aufziehen können Und das haben sie gemacht Und mit den Vereinigten Staaten Werden wir genau den gleichen Ansatz wählen Ich kann es nur nochmal sagen Wir haben es oft genug Der Präsident der Europäischen Kommission Meine Chefin hat es oft genug gesagt Wir werden durch TTIP Diese Gesetze Wie zum Beispiel Genveränderte Organismen Nicht verändern Herr Häusle Widerspruch Also an dem CETA-Abkommen Kann man deutlich sehen Da steht ein Passus drin Dass man in Zukunft Die Zulassung von Gentechnik Science-based machen will Das heißt das Dass die Amerikaner ja auch sagen Ihr Europäer Ihr mit euer komischem Verständnis Das ist doch alles ungefährlich Weist uns nach Dass man davon stirbt Und dann kommen wir da Auf diese Regelung zurück Da gibt es in dem Ansatz Und dann im vorallem Gehorsam Da gucken Sie mal Was Esther alles so sagt Nachdem man Okay wir können nicht so richtig Beweisen Dass es gefährlich ist Also lassen wir es dann zu Es geht bei Gentechnik Um es nochmal deutlich zu sagen Und nicht darum Dass man dann nach Tod umfällt Sondern es geht um ein Agrarsystem Was mit Gentechnik Was mit Gentechnik Sozusagen große Strukturen Was Glyphosat-Anwendungen Und was im Ändern Bonokultur befördert Und das wollen wir nicht Und das ist damit nicht ausgeschlossen Aber Herr Häusler Wir haben hier ganz Wir haben hier ganz klart Wir haben hier ganz klart Das Gesetz in Europa Das Sie mir mit abgestimmt haben Das behandeln wir Diskutieren wir Innerhalb Europas Und das wird doch nicht Wegen TTIP geändert werden Sondern wenn wir es in Europa ändern wollen Dann ändern wir es Und wenn wir es nicht ändern wollen Dann ändern wir es nicht Da ist doch Da kann man doch keine Hintertüren Über so ein Abkommen aufhaben Frau Föber-Weizel Ihnen liegt ja vor allem Das Verhältnis zu den Ländern des Südens am Herzen Es kann uns schon ein bisschen wundern Wie leidenschaftlich Jetzt diese TTIP-Debatte Geführt wird Weil in den vergangenen Jahren Die Frage der Handelsbeziehungen Zum Beispiel zwischen Deutschland Die EU und Afrika Nicht mit der gleichen Leidenschaft Geführt wurden Also wir wissen doch alle Dass zum Beispiel Weil Hähnchen oder Hähnchenteile Aus Europa nach Afrika Exportiert werden Dort die Märkte zusammenbrechen Und die Leute in der Tat Noch ärmer werden Da hätten wir Möglichkeiten Was zu tun Aber es passiert nichts Ist das Ist es einfacher TTIP zu kritisieren Als in Europa Was zu verändern Die Tatsache Das Brot für die Welt Ich glaube als erste Organisation In Deutschland Noch mal bewusst Auf diese Risiken Für die Entwicklungsländer Aufmerksam gemacht hat Hat ja nichts damit zu tun Dass wir jetzt endlich Noch mal einen Aufreger wollen Sondern es hat damit zu tun Dass wir aus der Erfahrung Der ganzen Handelsabkommen Europas mit Ländern des Südens Wissen Dass hier ein riesiges Gefahrenpotenzial liegt Und dass eben die Entwicklungs- und Menschenrechtsverträglichkeit Oft genug Hinten angestellt wird Das haben sie völlig recht Das ist ein gigantisches Problem Wir haben auch da schon Kampagnen gemacht Keine Chicken Chicken Hieß es damals beim E.D. Der Unterschied ist Hier wird noch mal eine neue Dimension Hinzugefügt Das heißt also Das alles ist schlimm Und schwierig genug Hier wird eine neue Dimension Hinzugefügt Insofern als dann tatsächlich Wenn dieses Abkommen Geschlossen ist Es auch dann Auswirkungen hat Global Das ist ja auch gewollt Es soll ja sozusagen Dann der Standard werden Für alle Auch dann von EU Und USA Geschlossenen Abkommen Mit Ländern im Süden Wo dann bilateral Wenig bis gar nichts mehr Zu machen ist Also in diesem Falle Konnte man ja dann Weil sich auch unsere Partnerorganisationen In Westafrika Mobilisiert haben Und auf ihre Regierung Eingewirkt haben Konnten ja auch die Regierung Noch mal versuchen Sozusagen nachzubessern Das wird dann Noch sehr viel schwieriger werden Und das ganze Problem Weist auf die mangelnde Politische Oder entwicklungspolitische Kohärenz Der deutschen Und europäischen Politik hin Sie haben zu Recht gesagt Hallo Wir hatten überhaupt Keinen anderen Auftrag Und das was ich Fehn auch versucht habe Zu sagen Es gab keinen Auftrag Durch die europäischen Regierungen An die EU Die Entwicklungsverträglichkeit Und die Menschenrechtsverträglichkeit Zu prüfen Es gab keinen Auftrag Darauf hinzuwirken Dass die gegeben sein sollen Und das zeigt auch Das Dilemma In vielen anderen Handelsabkommensprozessen Verhandlungen Dass das Wirtschaftsministerium Das eine sagt Das Entwicklungsministerium Was anderes sagt Und dann kriegen wir Zu hören Als Echo Entwicklungspolitik Bringt ja sowieso nichts Nein Sie bringt nichts Solange tatsächlich Auch die verhandelszuständigen Ministerien Und Politikfelder Kontinuierlich Und konstant Diesen Aspekt Ignorieren Oder nicht wahrnehmen Ausblenden Weil es ihnen eigentlich In dem Falle Nur um die eigenen Interessen geht Das Jahrhundert Das Jahrhundert Ja, ich binечно Duw 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 Bis zum nächsten Mal.